Moin zusammen, der Krische hier. Und zwar möchte ich euch kurz Just Watch erklären. Und zwar zunächst findet ihr Just Watch unter www.justwatch.com Und zwar als ersten Schritt müsst ihr bei Just Watch kurz einmal angeben, in welchem Land ihr euch befindet. Das wäre in unserem Fall hier Germany, Deutschland. So, Just Watch hat hier sehr viele Filme und Serien aufgelistet, welche in euren jeweiligen Anbieter euch zur Verfügung stehen. Zum Beispiel hier, wenn wir jetzt Amazon Prime angewählt haben. Und ich setze erstmal alles zurück. Ich wähle zuerst meinen Anbieter an. Das heißt, ich wähle jetzt hier zum Beispiel Amazon Prime an und sage, ich möchte nur Filme gucken. Das bedeutet, ich werde Serien wegklicken und hätte jetzt hier alle möglichen Filme zur Verfügung, die mir Amazon Prime anbietet. Das sind insgesamt 1653 Titel zum derzeitigen Standpunkt. Bisschen viel. Wenn ich die Suche etwas eingrenzen möchte, könnte ich zum Beispiel unter Genre sagen, Alles klar, ich möchte einen Horrorfilm gucken und der Horrorfilm soll eine Bewertung besser als 6,4 unter IMDb haben. Und könnt ihr jetzt zum Beispiel Sword 2 aussuchen. Genauso könnte ich das jetzt unter Serien machen. Das heißt, wenn alles zurückgesetzt ist, würde ich jetzt zum Beispiel wieder Amazon Prime anwählen. Würde jetzt Filme abwählen und könnte jetzt zum Beispiel hier eine Genre auswählen, zum Beispiel ich möchte eine Komödie gucken, eine Komödien-Serie sehen. Und könnt ihr jetzt hier zum Beispiel habe Matthew Maser eins meiner Lieblingsserien sehen, kostenlos. Und genauso funktioniert das nicht nur mit Amazon, sondern mit mehreren Anbietern. Genauso könnte das zum Beispiel mit Netflix funktionieren. Dann würde ich jetzt hier Amazon wegwählen und könnt ihr jetzt hier sehen, dass ich folgende Anbieter, folgende Serien unter Netflix, mir unter Netflix zur Verfügung schenke. Meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal sollte ich noch eins Video machen. Ich wünsche euch das Beste. Ciao, cacao.